Das ist, glaube ich, definitiv. Andere Taktik, wir versuchen mal beide gleichzeitig in mir die Pressure Plate zu erwischen. Das könnte auch sein. Und Achtung, fertig. Los. Ah, ich, ah, gleich durchrennen. Ich bin jetzt eine nach dem anderen gegangen. Dann soll ich mal durchlaufen. Dann laufen wir mal durch. Gerade so, keine Ahnung. Und los. Nö. Also heißt es, stures Über Pressure Plate zu hüpfen. Genau. Okay, ich fang mal an. Ja, ich folge dir, sobald du bist. Was? Oh, wie? Nein. Bist draufgekommen. Das ist nicht lösbar, das wäre jetzt nicht schassend. Das ist blöde. Oh. Oh mein Gott. Oh na doch. Der Prümperich Tram 18. Da wäre, ähm, die Rädel doch noch schwieriger. Es ist schon rot. Ja, ist mir egal. Es ist aber kein Rätsel. Oder die Puzzle. Oder weiss ich was. Das ist ein Jump'n'Run. Die Jump'n'Puzzle. Komm, versuchst du nochmal. Was? Oh nein. War noch grün? Irgendwie schon. Steh mal rein. Ich, ich versteh das nicht. Steh mal rein. Ja, ich kann nur in eines. Ich kann nicht mehr sprinten. Na toll. Das ist mein Problem. Dann holen wir uns ein bisschen was. Ah. Hä? Ich habe es, glaube ich, alleine geschafft, beide zu draufstehen. Okay, gut. Wir haben nicht gecheatet. Nein. Wenn das Game, also der Erbauer, das so braucht, dass es wirklich ist, dass einer weitere verdienen kann, dann ist es nicht cheaten. Genau. Ja, ja, wir können uns auch die Welt schön, ähm... Ja, aber ist ja jetzt wirklich so. Ja, wir sind im Grunde genommen, es war schon cheaten. Oder vielleicht bug-using oder keine Ahnung. Oder strip-mining. Nein, einfach bug-using. Hä? Wie bist du hier hergekommen? Na, vergiss es. Ähm, es macht nichts aus. Bitte, mach keine Anstalten, ähm, auf das Dach zu kommen. Es ist kein Weg, kein Weg führt hier hinaus. Und ich habe immer noch Hunger. Toll. Äh, weiter geht's. Raum 19. Es hat ja etwa kein Kuchen gehabt, oder? Nö. Nö. Mensch. Oh. Oh. Das habe ich, glaube ich, auch. Oh mein Gott. Oh. Was? Ja, die Pressure-Bite. Oh, schau mal. Oh. Was? Dun. Jetzt ist es stillgegeben. Du hast da anscheinend... Da sollte, glaube ich, was runterkommen. Sag auch. Nein, ich glaube, wir müssen in einer richtigen Reihenfolge diese Dinger betätigen, damit dieses Teil nach oben kommt. Und dann... Und dann? Döhm, döhm, döhm. Aber wir müssen gleiche Töne finden. Oh. 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 Ich habe da einen noch weiter hoch. Oh. Oh. Keine Peinung vom Rätsel, aber irgendwie kommen wir vorwärts. Ja. Tatsache. Oh. Jedes Mal, wenn Wasser hineinfließt... Nein, der nicht. Hm. Döhm, döhm. Aber ich glaube, trotzdem müssen wir irgendwie... Nicht immer Wasser runterlassen. Keine Ahnung. Der macht das runter. Der macht nicht... Wer macht welcher? Der? Der hier. Äh, der zweitletzte, ja, der. Gut, dann machen wir mal gleichzeitig Wasser runter. Oh, look. Schau mal, hier. Oh, look. Oh, look. Look. There's a man. Oh, warte, noch was. Oh, look. Wie machen wir das immer? Fragen mich etwas, dass ich weiss. Komm, wir machen mal zusammen Wasser runter. Okay. Eins, zwei, drei. Und draufstehen. Oh. Ah. Wir müssen, glaube ich, schon irgendwelche Paare finden, aber... Ja, genau. Können wir das Ganze noch einmal machen und es geht noch einen hoch? Ähm, machen wir nochmal. Eins, zwei, drei. Nö. Ähm, warte, ich habe hier diesen Ton. Dimm. Kannst du mal bei dir so einen suchen. Warte. Ich glaube, den habe ich beim ersten. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wo? Hm, könnte sein, dass wir den schon haben. Kann sein. Ähm, warte, den nächsten Ton. Und das klingt ähnlich. Eins, zwei, drei. Steht du noch drauf? Und, äh, das nächste Teil. Wie, das war dumm. So, dachten wir mal. Eins, zwei, drei. Okay, liebe Zuschauer, wir haben gerade keine Ahnung. Keinen Blossenschimmer. Was der letzte Ton? Ja. Ja, aus Nostalgie auf drei. Eins, zwei, drei. Toto. Vielleicht müssen wir ein Ding-Ding. Also, wenn du so ein Dong hast, muss ich ein Ding machen. Hm. Versuchen wir das mal. Komm. Also, ich das erste und du das. Ja, aber machen wir mal gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Hm. Das war das Wasser. Keine Ahnung. Das ist... Oh, bitte, was? Wieso? Wie machen wir das? Wie? Gut, haben wir schon mal das Ziel der Aufgabe erkannt, aber... Wie wir da hinkommen. Ich frage mich... Also, irgendwie hat das ja auch funktioniert, als wir beide gleichzeitig das Wasser hier... Äh... Vielleicht das Wasser in Kombination mit jedem einzelnen Knopf. Ich das Wasser und du was anderes, oder? What? Es ist wieder eins raufgegangen. Trotz der Sache. Bei mir auch? Ah ja, bei mir auch. Oh. Ah, man muss eben den Knopf mit dem Wasser drücken. Ja, so. Aber da fehlt doch immer etwas. Ich Wasser und du Knöpfchen dann. Okay, mach du Wasser, Knöpfchen. Ich glaube, auf der gleichen Seite. Oh. Ja, nicht 200.000 Mal auf... Nicht 200.000... Aha. Ja, das Wasser muss ja einfach durch... Komm, mach Wasser. Komm. Das Wasser muss ja einfach fließen, weil da unten... ...ist ein Sensor, der das Wasser erkennt. Okay. Jetzt sind wir schon sehr nahe. Oh, noch einen hoch. Der ist oben. Jetzt vielleicht bei dir noch Wasser und Knöpfchen. Hab ich schon eigentlich alles gemacht. Komm, drück da hier mal permanent. Hackel mal auf meinen... Wasser... Auf deinem Wasser? Welches ist das? Das wartest du. Auf mal vorne rüber. Oh, nur noch einer. Ah, da haben wir es. Ähm... Und raufstehen und dann soll das gehen. Wieso, dude? Dann... ...klicken wir nochmal auf Wasser. Beide gleichzeitig. Ich hab kein... Ich... Aber ich brauch jetzt Rock. Ich hab irgendwie noch wissen gehört. War das dein Wasser, oder? Ich weiß nicht. Ich muss es kurz durchsetzen. Moment. Das ist ja vielleicht schon. Ich schaff auch. Was? Auf drei. Komm nochmal. Eins. Zwei. Drei. Wasser. Moment. Ach so. Ach so. Jetzt haben wir es. Was war da jetzt? Ja, jetzt. Einfach zweimal Wasser, oder wie? Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Lieber Zuschauer, wenn ihr begriffen habt, um was es genau in riesen Rätsel geht, dann gratulieren wir euch, denn ihr wisst mehr als wir. Wir hatten einen Klassenschimmer, aber... Wir hatten gar keine Ahnung. Also, ehrlich gesagt, nicht. dass man mit dem Wasser kombinieren muss, aber sonst... Jo, keine Ahnung, aber wir haben einfach wie wild drauf losgeklickt, im Grunde genommen. Ja, stimmt schon. Also, am Anfang bestimmt. Es hat wieder keinen Kuchen. Raum 20, hier, Fleisch. Nein, Feuerzeug. Ja, Fleisch, danke. Ja, 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 ja. Bo, dieses Mal keine Notiz, also wir werden uns umbringen. Ein Feuerzeug-Char-Char-Char macht er noch immer, aber Kuchen brauchen wir nicht. Nö, brauchen wir nicht. Nee, ich will nicht die Kante am Rätsel, bitte. Oh, schon wieder Sound. Ihr fehlt noch was? Komm, geh mal da rüber. Komm. Oh. Tch. Warte mal. Tum. Tum. Warte. Tum. 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 Okay. Noch mal drauf, bitte. Ah. Nein. Kannst du draufstehen? Ich weiß, dass es gestimmt Nicht Können wir nochmal draufstehen? Ja So, jetzt kommt hier wieder der Akustiker zum Einsatz Stimmt Ah, ähm Nein Doch Oder so Nee Noch einmal Noch einmal hören Warte, können wir noch einmal Können wir noch einmal Wir haben das eine Geräusche hier nicht Das wird's sein Uns fehlt ein Button Aber wieso ist der? Ich mach mal einen Button Meinst du, das ist ein Fehler vom Spiel? Ja, ich glaube kaum Oder hast du hier irgendwo eine geheime Installation gesehen? Geh mal sonst Vielleicht beim Recharger Kommt diesmal ein Knopf raus Oder so Nein, kommt wieder genau das gleiche raus Shut Gut, dann können wir nochmal anhören Bitte Ja Ah, ähm Nein Ah, warte Noch mal Okay Warte, 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 nochmal Das dritte ist das helle Das dritte ist das helle Ah Nein Doch, doch Nicht Nein 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 Das ist das dritte hier Nein Hat doch nicht gestürmt Doch Doch Sehr gut Sehr gut Ah, kurz die Krätzle Wie wir sie lieben Ja, die lieben doch alle Sind wir schon kaum 22? Mensch, wie Zeit vergeht Also entweder hören wir jetzt auf Oder machen wir noch eine Viertelstunde Hm, keine Ahnung Ja, machen wir noch ein bisschen Machen wir noch ein bisschen Machen wir noch 15 Minuten So Wir sind gerade so gut drin Gut Komm, los Dann ist die Adventure Map fertig Oh Hm, was ist denn das schon wieder für eine Teufel Ich stoß mich nicht weg, bitte Entschuldigung Das Müssen wir hier eine Brücke bauen? Oh 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 Mach du mal Ach so Das Rätsel kann ja jetzt nicht so blöd sein Sieht aber so aus Einfach spammed Jah So Jetzt